Alla Bruder in der Zunge Es geht jetzt ab Tjo Leute, was geht? Euer Kata ist mal wieder am Stiesel Und ja Leute, herzlich willkommen beim 8. Türchen vom Hashtag Kata Zemba Ab in die Kommentare damit mit dem Hashtag Wir sind beim 8. Türchen angekommen Jetzt haue ich erstmal die Grüße raus Leute Und zwar gehen raus an Riot Gaming Skills Fabi Fzi FZZI auf jeden Fall Nerox YouTube Nils Enger Bob Live Also B.O.B. Live Prankers YouTube Prankers TV YouTube Nick BLV Olli Logische Anna Und McTron Oder MCTron Seid nicht traurig, wenn ihr nicht dran gekommen seid Und schreibt mich in die Kommentare Ich habe mir jetzt schon 30 Mal beworben und so Zeugs Oder habt ihr jetzt schon 30 Mal geschrieben Grüß mich Heute bei 150 Leuten Was in den Kommentaren mit Grüß mich abgeht Oder 100 Leuten Ist es halt nicht so leicht dran zu kommen Da müsst ihr halt leider Geduld haben Und aufregend bringt euch auch nichts Wenn ihr dran gekommen wollt Dann müsst ihr halt dran bleiben Sag ich mal so Aber ich habe vorhin oder letztes Mal ein Kommentar gelesen Ein Vorschlag Dass ich ein Grüße Video theoretisch machen kann Wo ich halt 2-3 Minuten halt alle Grüße raushaue Die unter das Video sind Zum Beispiel Und das kündige ich dann davor an Dieses Video zählt jetzt zum Grüße Video dazu Und dann mache ich ein Video Wo ich euch alle Grüße Ist vielleicht ganz nice auch für euch Weil dann kommt ihr auf jeden Fall safe dran Wenn ihr denn da runter schreibt Könnt ihr gerne machen Ihr könnt mir auch gerne über Instagram schreiben Der Link ist in der Beschreibung Da könnt ihr mir auch gerne schreiben Wenn ihr gegrüßt werden wollt Könnt ihr gerne machen Aber Leute Wenn ihr so ein Video haben wollt Wo ich nur euch grüße Will ich auf jeden Fall auf diesem Video 500 Likes haben Leute 500 Likes Bis Keine Ahnung Bis Sonntag Wäre das möglich Oder bis morgen Keine Ahnung Auf jeden Fall Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt 100% Dann müsst ihr die Likes diesmal eskalieren Leute Es muss eskalieren Und 500 Likes ist sehr hoch Das weiß ich Aber deswegen setze ich es auch da an Wenn ihr gegrüßt werden wollt Leute Dann lasst einfach ein Like Auf dem Video da Wir sind jetzt auch nicht so Oh Likes generieren Leute Ich will sehen Dass ihr das haben wollt Und so ist es halt am leichtesten Sag ich mal so Auf jeden Fall eskaliert Aber wir machen jetzt auf Vollbild Ich habe jetzt wieder schon eine Weile gelabert Und jetzt geht's los Das ist ein Spast Erzähl gerne mit der Schicht Guck mal meinen Schwanz Boah Hast du einen großen Schwanz Ich liebe Eisenscheiß Das sieht man Ich schwöre Ohne Scheiß Habt ihr mal drauf geachtet In fast jedem Video So ein DSL-Modem irgendwo versteckt Das hat der Galilean echt geil gemacht Hallo Buongiorno Hallo Buongiorno 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 Aber Fuf sagt Das ist noch gar nichts Es gibt Länder Da gibt es Ausländer Die meisten Scheißkanaken Leben nämlich in Japan Das ist mal klar Na Napan Das bietet sich aber auch so geil an Wie der Lur da hinten Moment Wir sind hier In Deutschland Sieg all die Als dir und dort Sehen gar nichts anderes aus Da gibt es Kanaken Die man sich kaum vorstellen kann Hier gibt es zum Beispiel Die Eissorte Tittenfisch Tittenfisch Oder Lauch Lauch Oder Aller Oder In der Zunge Es geht jetzt ab Diese Eissorten sind scheiße Genau wie bei uns Nur schmeckt das süße Eis Eben auch nach Kut Oder Fisch Oder Schisch Oder Shit Sehr gewöhnlich Wollt ihr mal probieren Na Ihr Karnaken Ist Ey das sieht fast gleich aus Wie der Typ da hinten Alter Das ist ja glaube ich safe Alter So ein Scheißdreck Das richtig Oder Unfug Unfug Was glaubt ihr Spaten also Fuf hat behauptet In Japan gibt es Total verrückte Kanaken Lauch Tittenfisch Tittenfick Arschfick Laal Tittenfick Arschfick In der Zunge Aller Aller Vanille Schokolade Vanille Schokolade Und danach Rote Wollt Andere Länder Andere Ne Oh Leute Das war ja wieder Richtig Schisch Ah ja War auf jeden Fall Ganz lustig Aber ich muss zugeben War jetzt nicht Das beste Türchen Von allen Auf jeden Fall Aber war auf jeden Fall Ganz nice Diese Filter War auf jeden Fall Nice Auf jeden Fall Leute Wenn ihr Wenn es euch Er gesagt Auf jeden Fall Leute Wenn euch das Video Wenn euch das Video Gefallen hat Leute Lasst gerne Einen Daumen nach oben Da Lasst auch gerne Einen Kommentar Am Start Und ein Abo Wäre natürlich Richtig fresh Von euch Und dann sehen wir uns Einfach auf trocken Im nächsten Video Bis dahin Euer Kata Ciao Outro 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 Outro